So, willkommen zurück zu Spielworlds. Hier in der zweiten Welt ist hier die letzte Blume, die uns fehlt. So, damit können wir jetzt auch endgüllen, wenn ich ein bisschen Aim hätte. So, da steht doch. Und damit ist auch diese Welt abgeschlossen. Und ja, wieder ein kurzer Cut und wir treffen uns dann gleich in der nächsten Welt. So, hier in dieser Welt ist es auch ziemlich schwierig. Und zwar, also ganz viel ist hier versteckt. Und ja, damit müssten das hier auch alle gewesen sein. Also ja, dann muss ich hier hoch. Warte, wenn ich da rede, ok. Habe ich das drum schon mal als Stempel? Ne, ok. Ich glaube, jetzt sogar alle Stempel zu haben, theoretisch. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich weiß nicht, wie viele Stempel mir hier fehlen. Da ist kein Stempel, egal. So. Wir werden das auch ziemlich schnell zu Ende. Aber ich werde das nicht beenden. Wir werden uns einfach in der nächsten Welt sehen. Also, bis gleich. So, hier wollte ich Ihnen kurz zeigen, es geht oft, wenn man alle Stempel einzeln sammelt. Hier seht ihr es. Ich habe nur vier Stempel gesammelt, aber auch alle Stempel damit. Und jetzt auch alle Leben, alle... Also, diese Welt habe ich sozusagen mal alles, was ich sicherlich nicht bei jeder Welt machen werde. Aber man kann die Stempel auch einzeln sammeln. Wollte ich jetzt noch mal gezeigt haben. Offen, mehr ungewolltes gewollt. Deshalb werde ich das auch zeigen. Ok, es ist ein bekanntes, aber trotzdem. So, ja. Ja. Dann geht es jetzt wirklich zur nächsten Welt. Also, bis gleich. So, kommt zurück in der Kettenhundwelt. Und hier ist mal... Hier was zu entschießen, aber ich glaube, da ist nur Leben. Ähm. Mal weg da. Kettenhund, ich brauche dich hier oben. Da. Ah, ne, das ist gar nicht die. Die habe ich ja schon. Dachte, die hätte noch nicht. Warte, mir fehlt hier die erste. Da ist die zweite. Das ist hier oben. Da ist sie. Ja. Da ist die erste. So, dann gibt es jetzt einen kurzen Katz bis zur dritten oder ich. Ich werde mal die, ne, ich werde mal die, schon. Ich werde jetzt keinen Katz sitzen. Hier noch was. Hoffen wir nicht. Okay, das, äh, die Verhandlung ist zu sein. Ne, ist keine Verhandlung. Eine Verhandlung hätte ich jetzt geteilt. Ähm. jetzt nach unten, da ist ein Schall also der macht mit Wasser noch mehr Leben na, komm, Fettmann und da hinten ok, achso, ok, hab ich oben ist nichts irgendwo hier müsste doch was sein natürlich nicht mich niederrollen, das da niederrollen ich meine, da war ich nicht drin, oder? doch, da ist schon die vierte die vierte Blume, wo ist dann die dritte Wolle ok, wird doch gecutt so, die dritte Wolle die dritte Wolle befindet sich da unten bei dem Typen wo auch gleichzeitig zwei Stempel sind wo auch gleichzeitig zwei Stempel sind da hoch spring doch saa, und da rüber da, und da kommt da Und wir machen einen Cut bis zur letzten Blume, also bis gleich. Und da ist die letzte Blume, ne ich die übersehen konnte, frage ich mich jetzt selbst gerade, die war doch sehr auffällig, ah ja jetzt gehts auch schnell wie sie, zack, 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 Und schon wieder Moderspiel. Lassen wir noch schnell und, ja. Dann gibt's den Cut, bis zum nächsten. Hab sogar wieder alle Stempel, freut mich. Ah, perfekt mit Wolken. Okay, Steuerung. Äh, ist nicht so ganz meins. Wurde ich ehrlich gestehen. Aber ich komm weiter als in den meisten anderen Fällen. Immerhin. Es gibt schon ein paar ordentliche Rubine. Oder Juwelen, oder was auch immer. Wie auch immer ich gerade auf Rubine kam. Ja, kurzer Cut, bis zum nächsten. Oh, Trigger Handstecker umsockt. So. Hier in dieser Schlosswelt ist es etwas wie, ich meine, ein, oh, ein Springer, wo man so in die Ecke hat. Ist klar. Aber, na ja, Gott sei Dank muss ich nicht nachgucken, weil ich hasse nachgucken. Bin froh, wenn ich mal selbst draufkomme. Und ja, den Endpost und alles erspare ich euch. Und wir treffen uns dann in der nächsten Welt. So. Hier in dieser Welt ist der erste, wirklich, ich weiß nicht, warum ich das, ich glaub, sie haben sie nicht geschafft, oder doch, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss man da oben in die Röhre. Und der Rest ist eigentlich ein Kinderspiel. Danach stellt man sich hier hin und schießt da hoch. Und ja, man könnte auch hingehen mit diesen Dingern, aber ja, ich würde sagen, ein kurzer Cut, weil das letztes, äh, vorletzte wird jetzt ein bisschen weit weg sein, also bis gleich. So, ich meine, eine Idee zu haben, wo das Iyashi-Teil ist und die Idee würde ich gerne gleich Onscreen ausprobieren. Und zwar werde ich mit dem hier runterlassen und werde ich, ja, werde ich da und drehe einfach in die Röhre rein. Ja. So einfach geht's dann. Ähm, weg, away, weg, 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 so. Dann wieder raus und ab ins Ziel. Das ist jetzt nicht mehr so weit entfernt, ist es soll ja warum wir nichts mehr haben alles und schon wieder ein Bodenspiel sehr schön alles erreicht in diesem Level gibt es ja auch das Bonusspiel und dann das letzte Level 19 Stempel habe ich von 20 naja irgendwo fehlt da einer das wird aber in vielen Level so sein dass mir immer einer fehlt ah das Level war ziemlich genial das ich so in Erinnerung habe kann ich da drauf stehen ja ok ach kommt ja das war jetzt unnötig macht nicht zu auf jeden Fall eine Welt noch dann haben wir auch Kuss 2 alle alle Sachen die wir finden wollen gefunden also alles bis auf die Stempel und es wurde ein weiterer Jahr für zusammengehekelt es ist diesmal der Schnuffeljoshi was ihr vorhin äh vor enthalten hatte das war der Zitronen-Yoshi ja wir sehen uns dann bei dem was uns noch fehlt hier in in der okay direkt die erste ich werde gleich mal onscreen dabei lassen wenn die erste Suche die kann ja eigentlich nicht zu weit weg sein dieser Pyramide sind ja gleich die erste Blume und die zweite 1975 haben wir vor ich das gegenüber um in Nr happened ich halte an ihnen upa das den er ist auch Da geh ich mal drüber, ne. Da die Wann wegschieben. Ist das der erste. Ja. Sehr toll. Die Wand da oben sieht komisch aus. Wo, ja... Was? Ist aber an der nichts. Ah, da mein ich sterb mal wieder. Ich meine, da ist ein Flapflur, wenn ich den ausnutze... Ach komm, stirbt nur in dich. mit dem platzlob und seit dann vielleicht hochkriegen wenn es das jetzt nicht ist dann mal im kurzen Kotz das ist nicht okay wird er gehabt zu die ersten Blumen dieser Welt befindet sich hier drin ich zuweil doch komm weil ich auch die Pflanze drauf und dann direkt da rein also mehr ungewollt durch sonst was und ja achte ich die Schlüssel sowieso sammeln soll jetzt kurz gehabt haben wir die Schlüssel und ja wir treffen uns dann wenn ich die zweite Wolle gefunden habe also bis gleich äh richtig asozial ich hab's nicht gefunden ich musste jetzt nach einer halben Stunde Suche einfach mal nachgucken ist denn nicht normal da war ich doch 5000 Mal hier stehen bleiben wie asozial ernsthaft ja das war's direkt wir sehen uns dann bei der äh bei der letzten spechle Welt wieder und ja bis dann und auf wir sehen uns wir sehen uns